ich bin schossen nicht auf den Kopfschuss bekommen ja ne also kann ja sein dass es der Kuh in den Kopf ja Lala das ist ein Arsch oder ein Kopf also ein Arschkopf wir sind überall Explosionsfässer müssen und ich ein bisschen aufpassen Alter Luca wagt ich dir nicht so zuvor er brauche XP.de ich bin mir egal ich bin ich das von mir ist 500 mal durch äh wir sind ein Team naja das ist ein Teamspiel wie wie wir spielen Korb Kopfschuss ich dachte wir spielen gegeneinander ja dachte ich auch ja die meisten Kills macht so ich komm auch mal voran ich hab keine Manni mehr nein Achtung achte ich hatte den Hund und den Hund ich hab keine Manni mehr gar keine mehr vor allem in dem Haus ich sehe also ich hab Ruhe was ist das denn nein Hilfe 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 von dem Haus das ist klar ja du bist du nicht gerade dauernd da ja Moni 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 die Brücke diese bist du am Reden 3 also wer nimmt die Bombe und wer deckt ich kann die Bombe nehmen weil ich bin ich kann jetzt nicht mehr so viel ausrichten ich weiß nicht das ist jetzt passiert das ist halt kein Problem ihr habt das ja jetzt schon mal gemacht also wir müssen jetzt die Brücke genauso ich trage die Bombe und kann da nichts machen ihr müsst mir und siehre ist besser da los husch bewegt euch ja gut dann wüffel ich ein paar Bomben äh Bomben Granaten Granaten Bomben schon wieder ein Kopfschluss also ich muss sagen ja ja mach auch die ganze Zeit vorlagen ich krieg die ganze Zeit nur Kill Assists ich auch hatte ich auch die ganze Zeit Achtung halten wir rücken frei halten wir rücken frei ich renne ich renne ich renne Achtung da kommen bleib fliegen du scheiß Ding ich renne ich rücken ich muss nachladen ich muss nachladen bis gleich ich hör schon mal die nächste hier auf auf wenn es so weiter geht auch bald wieder Munition um ich ein bisschen in die Leute rein Pumpe der Haus wir haben ja gespielt das ist die ja nicht wieder auf die Jugend von einem ich brauche die Munition welches sei die von die Stellung ich komme auch nicht dass er das nettes nettes Netto die Schaffsteller ich muss nicht mehr lernen der Bombe komisch welches Sieg zu uns ins an er ist halt gesessen dass er gesessen hätte ich will nicht sehen sie sind und das ist das tut und das tut das Leben an der Ruhr wird er ist aber gut er ist angeht Dankeschön das hat gesagt das auch das war ja gegen anreicht da ich nehme mir wieder die Bombe und keine Munition, ich hab keine Munition, ich mach's was was, okay ich hab die Stellung ich bin nicht wieder da wenn das nicht, kann ich... ich hab ein bisschen neben mir da du Das steht genau vor mich. Los, leg doch hin, leg doch hin, du Könner. Und jetzt renn. Komm, du bleib hin. Nein. Scharfschütze von wo? Von hinten? Von hinten. Warte, ich schalte die von hinten aus. Ich hab einen Visier. Sehr gut. Ja, ja, klar. Ich kann das ja... Das ist ja kein Problem, ne? Ich hab schon wieder keine Munition. Ja, ich glaub, wir machen das aber ganz gut, weil wir da sonst immer auch nix sehen. Ja, ich komm mit der letzten Baume. Batschel, 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 batschel. Das ist ja mit dem Scheiß-Ding nicht rennen kann, so schwer ist das jetzt auch nicht sein. Ja, schön. Oder soll ich den kurz ausschalten? Nee, ja, komm. Hab den. Hab ihn. Ja. An den Zünder. An den Zünder. Äh, Angie, Angie, runter. Runter, runter. Nein, Juggerlok, Juggerlok, Juggerlok. Ja, egal, egal, es sind geschätzt. Ich bin fast tot. Es ist egal, es sind gut. So, 10 Sekunden kommt runter. Schalte den riesen Scheiß auf. Los, rennen. Ganz einfach. Und versteckt das hier. So, sehr schön. Sehr gut gemacht. Das hätte ich auch mit meinen Granaten hinbekommen, ne? Nein, wir brauchen dafür extra Bombe. Meine Bombe. Nur noch. Und mit den Schweißbrenner, die nicht in meiner Hosentasche hab. Laufend. Ja, bitte. Das hast du nicht immer. Nein. Alter, munition. Ne, 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 ne. War einer. Äh, munition noch nachladen. Ja, wo war die? Ja, ja. Hier vorne ist auch da. Ich brauche noch Bomben, Munition. Granaten brauche ich noch. Ich benutze irgendwie gar keine Granaten. Vielleicht soll ich mir öfter tun. Ja, mittlere Maustasse. Achso. Oh. Pass auf, Granate. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Äh, falls du noch eine brauchst, hier vorne, da vorne. Ich habe noch drei. Achso, ja, dann. Kommt ihr? Du hast noch drei Granaten. Ja, ja. Ja, sie hat die anfangs, sie hat die anfangswaffen. Ja, kostet mich nicht. Schön, dafür bin ich trotzdem besser als du. Mit den anfangswaffen. Achtung. So, da kommt ein paar bisschen was. Was, alter, alter. Ja, schon sehen. Bitte dir vor dir, bitte, und so weiter. Oh, nächstes Mal Vorfahren, wenn du eine Granate wirfst. Habe ich doch. Pass auf. Ich schwöre, dass ich mir da sitze, ich mir da sitze, ich mir da sitze, oder? Hinter dir. Alter Verwalter. Sehr gut. Sehr gut. Der, einer ist da noch irgendwo durchgerutscht irgendwie. Tagesherausforderung absolviert. Ja, irgendwie müsste, ja. Ja, da liegt. Sag nach. Au, 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 au. Großmoni? Kleiner Hurenfurt. Das darf man hier sagen. Ja, ja. Ach, zehn. Sind, 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 äh, Dings. Sind Piraten, die dürfen das. Wir sind aber ziemlich komisch aus für Piraten. Wir sind gleich bei der Munition anziehen. Achtung ist ein, ähm, Dings. Warten, das sind, äh, Dings. Ich hab nur noch fünf Schuss. Warte, das ist eine feste. Da will ein 1 Mg. Warte, kann ich eigentlich alles ansprechen? Nein, ich hab, 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 ich hab. Ja, ich hab, ich bin down. Ja, ich bin auch fast tut, ich bin auch fast tut. Ku, ku, ku. I crank you up. Warte ich nicht drücken. Egal wie oft ich die anschließe. Ja, das war auch grade grad mein Problem. Ah, ich binuna�rufe wie tot. Uhar, ich muss weg. OK, das war's. Was, versuch ich dich denn zu hairlen mit Kuh? Geht nicht, kann ich noch nicht. Das ist das Blede. und ich werde durch die Wand abgeschossen das ist scheiße jetzt du gehst kacken schnell 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 mach Luca zuerst mach Luca zuerst Luca zuerst ja ich mach Angie jo, bin tot passt sehr geil sehst du ihn wieder? boah alter, ja sehr geil, sehr geil weiter gehts boah das war knapp ey Robert ich verlinke dich noch ok in ner Videobeschreibung ja schau dich noch unter ähm Partnerkanäle ja hier also ich spiel warum ich Partnerkanäle hin und ich äh melde dich auf Youtube ja wegen ähm asozialem Verhalten nee wegen äh ja da hier wegen keine Ahnung mir auch egal wo ist Munition äh Angie 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 hier what the fuck so versteckt in ner Ecke